Jetzt kommt das neue Jahr, gell? Haben wir eigentlich schon alles erledigt? Hast du schon? Alle Hausübungen erledigt, die Zwischenknoten gemacht, alle Bleistifte gespitzt, die Aufgaben auf Teams zurückgegeben, die Vorsätze fürs neue Jahr gemacht, die Planung für den Jänner fertig gemacht, die Wäsche aufgehängt, die Wäsche gewaschen, die Wohnung geputzt, die Wäsche abgenommen, die Nummer, die Küche aufgramm, den Jahresrückblick erstellt, rasiert, die E-Mails aufgramm, den Akku geladen, einen Kaffee trunken, für Mitternacht einkauft, die Steuererklärung gemacht, und hart wäschelt. Den Müll rausgetragen? Ich glaube, das neue Jahr kann kommen. Ja. Sollen wir noch einen Ketten steigen lassen? Sicher. Warum nicht? Ich glaube, das neue Jahr kann kommen. Ja. Sollen wir eigentlich vor der Ketten steigen lassen? Ich glaube, das neue Jahr kann kommen. Sollen wir eigentlich ... Warte mal, ich sag da noch Ja, glaube ich. Nein, du sagst Ja, dann. Ich glaube, das neue Jahr kann kommen. Ja. Sollen wir auch noch einen Ketten steigen lassen? Ja. 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 Ja.